ja ich sage ja immer lieber eine prinzen rolle hat gar keine rolle so nicht lang schnacken kopf im nacken so sieht es aus wir haben gut geschlafen und heute wollen wir mal heute wollen wir mal zu sehen musst du denn da mal junge was ist dann los mit dir mal hier du siehst ja immer noch aus wie ein schwein verdammter hat nochmal mensch mensch menschen mal mit hier hast du bist in der miss getreten nein lauschia ehrlich frühe teile wieder ein blicken du hast das grab den eltern aufgeräumt schade dass es nicht aus freien willen war du bist in den krieg gefahren hast dich an den schmutz dreck und schnaps gewöhnt als im schlamm an der front lagst wurden deine eltern zu hause ermordet aber anstatt zu trinken muss man sich zusammenreißen ein sogenannter bauernhof sieht aus wie eine müllhalde mach etwas damit das muss ich mal diese komische missgabe suchen ich hoffe ich habe ihn noch natürlich habe ich sie nicht mehr wie soll ich jetzt den mister weg machen hallo so eine missgabe gesehen verdammt so noch mal kommt man hier schon mal an bei mir waren es aufgeräumt jetzt hier so wenn ich mir so eine kaufen hilft ja alles nichts ich ist an die fangen ja man oder wichtigere sachen zu tun das schauen wir erst mal ja warte mal wir müssen wir müssen so eine schau verdammte axt noch mal so eine missgabe auf jeden vorhaben ja wofür ja den misthaufen in meiner wohnung so was wollen wir ja leer machen hier in hof aufräumen ja das müssen wir machen wirft ihr alles nichts macht ja sonst keiner flauschig kommt etwa mit hier verdammt ist da gar nicht mehr rein ok shit was ist los mit dir verdammt letzte mal dass hier drin schläfst ehrlich was hat er sonst nicht gemacht was dann los mit dir komm mal her ja jetzt bist du selber reingetreten komm komm da brauche eine missgabe verdammt durch den links hier wegräumen den müll vor allem was mache ich jetzt mit ach so das habe ich ja schon mitgepackt ja ja wir müssen hier missgabe finden ein bisschen aufräumen hier kann doch nicht schaden da ist ein stein da ist ein ornstein wir haben eine hohe scheuche hallo oscar wie geht es dir man hat auch schon bessere tage gesehen ja gut habe ich immer noch keine missgabe kann ich das hier auch wegräumen oder kann ich das hier auch wegräumen oder wieso kann ich jetzt hier dieses ding nie wegnehmen komm her komm her hier ok super also hier können wir auch noch holz lagern das natürlich auch nicht falsch gucken wir mal hier wie ordentlich das schon aussieht ne lausche helft mal mit hier verdammt so das packen wir jetzt mal der scheune rein hier ich hoffe dass das hier rein geht ja das geht rein so was hat er denn Durst hat er dann gehen wir erstmal zum brunnen ne dann sieht das doch schon richtig ordentlich aus hier flosche wer schreibt denn immer diese verdammten briefe wer schreibt diese verdammten briefe immer will ja von mir ich weiß doch selber was sie zu tun hat jetzt habe ich nicht selber den hof hier aufgeräumt hätte ach so hier ah cool dann kann ich hier ah ja super ne den lass ich mal den lass ich mal den lass ich mal den lass ich mal da liegen ich brauche eine Missgabe oder wieder dinge da war doch gerade eine meldung so kompost kompost findest du direkt nimm dir schon und wird verlor schnitte ja das räumen wir erstmal auf hier dann können wir vielleicht ein bisschen schrott verkaufen ja dann haben wir ein bisschen pulver in der tasche und dann müssen wir uns halt so eine gerbe kaufen ich glaube ich habe auch einen fehler gemacht dass ich diese diese na wie heißt das da dieses ding da womit man diese sense da vertickt habe ich glaube die hätte ich behalten sollen jetzt bin ich wieder total überladen komm du schaffst das ich glaub an dich super was war das hier nochmal ja 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 der bauer noch was da schmutz ach das war dieser dieser brief ich fand es hier über die aufer waren oder ich habe keine ahnung hier war das gewehr hier ist schlachten wir machen erst hier draußen erst mal hier draußen den ganzen müll weg so guck mal guck mal ach hier haben wir auch noch ich verstehe ich hoffe ich glaube ich kann dann hier hier ich das drehen ja das ist ja wohl mal nice oder ich das hier hinsetzen aha ich kann ja auch den holzhaufen da weg machen so auf schwupp ja flausche hier immer baden verdammt mach dich mal sauber was soll denn das so dann kann ich die nämlich hier reinpacken ne hier das lassen ich auch erstmal hier das können wir an anderweitig mal aufräumen anderweitig ja andermal auffräum dann machen wir das hier auch weg so kann man das hier auch weg machen das sieht ja auch aus wie bei hempels unter dem sofa ihr verdammt und zugenäht ach jetzt habe ich die auch weg gemacht das sah eigentlich ganz nett aus und das hier verkaufen wir und dann haben wir doch hier alles aufgeräumt oder ich glaube schon sieht ganz gut aus den saun hier den kanini kann man die weg machen so hier immer auf jeden fall fertig so super cool ob das huhn dann gehen wir mal und kaufen den schrott guck mal das ding aber auch sauber gemacht cool ja warte ich komme mal wieder ich muss mal in der stadt hier was hier was schöne hier auf unser unser kleine farm hier auf habe ich noch irgendetwas hier drin was ich eventuell habe ich in anderen briefe ja wir haben zu essen wir haben zu trinken das wollen wir verkaufen den strom hier wie soll das denn funktionieren ist keine lust zu lesen das habe ich das habe ich in ein spiel gesehen in einem anderen spiel da habe ich die demo von gespielt verdammt wie hießen das da war das genauso oder kann mich nicht klar mit da kam ich nicht klar mit entzünde das feuer ok kleppe das wasser hierher ok dann können wir hier wasser reite vor Brotscheiben noch Zeit 3 Minuten ein Brot kann das Brot essen aber es wäre nicht richtig ok Milch 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 und das hier geht nicht ne alles klar kochen kochen genau da war doch wat wie ist das spiel Wenn ich dran denke blende isal da war das genau das gleiche hier sonnenmenü hier genau das gleiche menü frosche malz so jetzt brauchen im missgabe bauen wir auf jeden fall eine missgabe ja dann machen wir die tür hierzu muss ja nicht ausstehen hier so flausche sie gut aus haben wir gut gemacht sei mal ehrlich so bleibt sauber kommen wir wieder auf geht's ich hätte was trinken sollen gleich nähe brauche ich nicht bei euch nicht hunger hat der hunger 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 dann haben das brot macht ja mal erst mal die apple hier sieht doch schon besser aus nahm das sind jetzt aufgeräumt das ist schon mal cool da müssen wir auch noch hin da ist ja auch noch was material nicht dass das verschwindet wenn ich mal ein oder auslogge ich immer gucke wo ist es so ein kinderbringer nicht dahin dass mein hof auch kein scheiß du wird mir auch noch wenn ihr um kindchen auch kümmert so wo war denn dieses ding jetzt hier werde mal mit z hier 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 ja genau genau richtig 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 volles völlig leer ja flasche ich habe flasche halb voll so habe ich das sehr aufgehobene ja da rein sind sie schwer können wir ja vielleicht noch mal gebrauchen für das dach denn jetzt jetzt lasse ich das auch drin jetzt verkehrt ihr zwei tippen und das ist muss ja richtig kohle geben wenn die doof bin in dem wald war ja auch noch schott schott schrott 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 so hier kommt auch klausik und du schaffst das ich hätte das ich hätte da die hälfte liegen ist egal ziehen wir das durch nicht dass jetzt irgendwie könnte ich so natürlich geht das mit alkohol wir ignorieren das jetzt einfach hier kann mich angehen die schwule sand vor du brauchst das nicht an tun hier man com ah Hallo Stefan, du alte Socke, wie geht's? Das soll mal duschen. Handeln wir, komm. Gib mir mal richtig Asche dafür. Zack, bumm, danke mein Freund. So, ich brauche nämlich so eine Prügel oder was? So, Johann, wie geht's? Ich brauche eine Misthake, wie das Ding heißt. Ah, da ist sie. Du musst mich verarschen oder was? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Pass auf. Pass auf. Wie sieht's denn aus, wenn wir beide uns hier mal irgendwie... Wie kann ich mich denn mit denen hier... Kann ich dir helfen? Ach, diese Pelzmodel-Geschichte, ne? Brauchen wir eine? Ja. Hm. Ja, komm, dann. Das hilft ja nichts. Brauch sie ja. Die brauche ich. Und dann brauche ich noch... So eine Axt hier. Brauchen wir vielleicht auch noch eine Axt oder was? Ich weiß das doch nicht. Brauchen wir so eine Axt? Sag doch mal. Ach komm. Oder? Nehmen wir auch noch mit. So eine Säge. Eine Schere. Eine Brechstange. Eine Brechstange. Eine Brechstange. Da, 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 da. Weißt du was ich jetzt mache? Eine Kette. So, Johann. Wir sehen uns. Ich muss mal irgendwas erledigen. Hi. Mamma mia Leone. So, hier. Haha. Hinnerst du dich? Ja. Was ist der Waffe da? So. So. So, ja, die haben schon der gemacht. Hat er ja wegzunehmen eingepackt? Der hätte ich jetzt gar nicht kaufen brauchen? Ne, hat er natürlich nicht. Hä? So. Hahaha. Ah, herrlich. Eilbeerlikör. Jawoll. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir auch mit. Ja, 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 ja. So. Haha. Äh. Jetzt darf der uns natürlich nicht sehen, ne? Gehen wir mal hinten lang. Ja, der ist beschäftigt. So. Nicht, dass er uns noch erwischt hier. Super. So, jetzt haben wir den Hof aufgeräumt. Jetzt habe ich eine Missgabe. Ähm. Jetzt würde ich gern, ähm, kann ich jetzt eigentlich, kann ich jetzt an die Porten? Hast du sicher, dass du schnell reisen willst? Restzeit 15. Ja. Da sind sie mal ausprobieren, ne? Cool. Guck mal. Hätten wir auch in der Stadt so importen können. Hallo. Ja. Ich hab dir nichts mitgebracht. Sorry, hab ich vergessen. Ich hab... Doch, ich hab was mit... Ich hab dich geworfen. Hahaha. Warte mal. Warte mal hier. 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 Pass auf. Wie geht das? Hahaha. Ja, Flauschi. Der Hund steht dir gut. Cool. Super. So. Wow. Was können wir jetzt machen mit dieser... Rechtstange? Hier. Äh, Hake brauchen wir. Haken brauchen wir. Haken brauchen wir da. Nein. Lass das dann noch hier oben Platz belegt, ne? Das ist ein bisschen... Da muss ich mal den Misthaufen weg machen, verdammt. Wo ist er? Ah, puh, der stinkt aber ganz schön gewaltig, du. So, wenn du mehr von den spannenden Abenteuern und die Herausforderungen in Farmers Live leben möchtest, dann hinterlasse einen Kommentar und drücke den Daumen nach oben. Dein Feedback und deine Unterstützung sind entscheidend, um sicherzustellen, dass wir weiterhin auf diese aufregende Farmers Live Abenteuer reiten können. Lass mich wissen, welchen Aspekt des Spiels du am feststen findest und was du als nächstes sehen möchtest.